Ist Koffeinentzug eine echte Krankheit? Zu viele Red Bulls zurückwerfen. Laut dem fünftel Edition Diagnostic and Statistical Manual für psychische Störungen der American Psychiatry Association, fünfte Ausgabe, Diagnostic and Statistical Manual 5, besteht möglicherweise ein gewisses Risiko für eine bestimmte Art von psychischen Störungen. Eine übermäßige Einnahme von Koffein kann zu einer Erkrankung führen, die als Koffeinintoxikation bezeichnet wird, und am Morgen danach können Koffeinentzugserscheinungen wie Müdigkeit, Kopfschmerzen und Konzentrationsschwierigkeiten auftreten. Es gibt genug Leute, die sich zurückziehen, wenn sie kein Koffein bekommen, wird es zu einem echten Syndrom und kann die Arbeit, den Schlaf oder was auch immer sie tun müssen, beeinflussen, sagte L.J. Budnay im Jahr 2011, als bekannt wurde, dass der Entzug von Koffein zu einem guten geistigen Zustand werden würde, der eine professionelle Betrachtung wert ist. Weißt du wann du genug hattest? Zu den Symptomen eines Koffeinsums gehören Unrehe, Nervosität, Schlaflosigkeit, gerötetes Gesicht, Muskelzuckungen, Gedanken- und Sprachschwankungen, Tachykardie oder Herzrhythmusstörungen und psychomotorische Erregung 160 mg in Energydrinks bis zu 4 mg in eine eine Unze Portion Schokoladensirup. Selbst entkoffeinierter Kaffee ist nicht ganz frei von Koffein. Nicht alle sind sich einig, dass dies eine psychische Störung ist. Die Symptome des Koffeinentzugs sind vorübergehend, sie kümmern sich um sich selbst, sagte der klinische Psychologe Robin Rosenberg. Es ist nur eine natürliche Reaktion auf das Aufhören von Koffein und es klärt sich von selbst in kurzer Zeit auf.